Ist bei Bayern-Star Alphonso Davies bereits alles klar? Was haben die Münchner auf einmal mit Benjamin Seschko zu tun? Und auch rund um Manuel Neuer gibt es gute Neuigkeiten. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich möchte wie immer gar nicht zu viel Zeit verlieren, nur ganz kurz vorab. Falls es euch hier gefällt, dann lasst mir natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Und schreibt mir auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare, zu den jeweiligen Themen in die Kommentare. Jetzt haben wir aber genug erzählt. Es ist sehr viel passiert, über das wir uns unterhalten. Ja, und es geht direkt los mit einem Namen, um den es eigentlich in den letzten Wochen und Monaten gar keine Pause gab. Die Rede ist von Bayern-Star Alphonso Davies. Wenn man den Berichten der vergangenen Zeit so ein bisschen mehr Glauben geschenkt hätte, dann wäre er schon im letzten Winter zu Real Madrid gewechselt. Stand jetzt ist er natürlich noch immer da. Die Vertragssituation ist aber weiterhin die gleiche. Ja, er geht jeglichen Fragen, die zum Thema Vertragsverlängerung gestellt werden, konsequent aus dem Weg. Er hat natürlich aktuell den vollen Fokus auf den FC Bayern, was ja auch richtig so ist. Trotzdem ändert sich halt nichts an der Tatsache, dass sein Vertrag 2025 ausläuft und noch immer nicht so klar ist, was denn jetzt eigentlich so wirklich los ist. Bleibt er in München? Wechselt er ablösefrei? Ja, das ist aktuell schon eine große Frage, die sich stellt. Die Bayern sollen ja bereit dazu gewesen sein, mit ihm zu verlängern. Aber scheinbar gab es dann unterschiedliche Forderungen, die dann so nicht zusammengepasst haben. Weshalb haben die Bayern sich dazu entschieden, jetzt erstmal ins letzte Vertragsjahr mit ihm zu gehen, auch wenn sie das natürlich im Idealfall nicht wollen. Weil das dann meistens bedeuten könnte, dass ein Spieler ablösefrei wechselt. Vincent Kompany, der baut auch ganz fest oder setzt ganz fest auf ihn. Mittlerweile ist er ja in jedem Spiel gesetzt, auch in den wichtigen Spielen zu Beginn der Saison mal kurz raus gewesen. Aber ich finde auch, das muss man sagen, klar es gab in den letzten Monaten auch immer wieder Kritik. Aber ich finde jetzt in dieser Saison, so Stück für Stück arbeitet er sich rein. Und ich finde auch, macht einen ordentlichen Eindruck. Mal gucken, ob er vielleicht im Laufe dieses Jahres noch zu seiner alten Stärke finden kann. Aber wie gesagt, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, Real Madrid ist der große Favorit auf seine Dienste. Und genau da wird es jetzt sehr interessant. Weil neue Berichte aus Spanien sprechen schon darüber, dass der Transfer bereits beschlossene Sache ist. Also, dass nichts mehr dran zu rütteln ist und dass Alfonso Davies nächsten Sommer zu den Königlichen wechselt. Was ja natürlich schon eine Ansage wäre. Es soll scheinbar schon alles geklärt sein, was Vertragsdetails und die wichtigsten Dinge angeht. Und da steht ein Vertrag von, ja, circa 5, 6 Jahren im Raum bis 2030 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Was natürlich auch, das ist ja auch so ein Ding bei Real Madrid, haben ja schon immer mal wieder ein paar ablösefreie Transfers zu ihnen bringen können. Zu guter Letzt war ja auch David Alaba, der dann ablösefrei von München nach Madrid gewechselt ist. Also, es wäre jetzt keine Riesenüberraschung. Wenn man da den Berichten Glauben schenkt, dann ist scheinbar schon alles geklärt. Ich meine, ehrlicherweise, mich würde es nicht wundern, wenn er wirklich zu Real Madrid wechseln würde. Natürlich ist erstmal noch Vorsicht geboten. Man muss noch mal abwarten, ob das wirklich jetzt schon alles durch ist. Die Bayern werden natürlich auch versuchen, doch noch mit ihm zu verlängern. Besonders, wenn er jetzt unter Vincent Komponier auch mal so einen wichtigen Sprung macht. Und sich vielleicht dann doch wieder zu diesem alten Alfonso Davies entwickelt. Den man halt zum Beispiel aus dieser Erfolgssaison 2020 unter Hansi Flick noch kennt. Die Bayern wollen natürlich auch keine Spieler ablösefrei verlieren. Da gibt es ja ein paar Kandidaten, deren Verträge 2025 auslaufen. Demnach, ich persönlich bin noch ein bisschen vorsichtig. Mal schauen, ob das dann wirklich so stimmt. Wenn man diesen Berichten Glauben schenkt, dann gibt es da gar nichts mehr dran zu rütteln. Aber trotzdem, auch da muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Davis nächstes Jahr wirklich oder nächsten Sommer, über den Sommer hinaus, wirklich noch beim FC Bayern spielt. Mal abwarten. Aber es klingt auf jeden Fall erstmal nicht so gut, wenn man sich wünscht, dass Alfonso Davies in München bleibt. Wir machen weiter mit jemandem, der eventuell bald im Trikot vom FC Bayern spielen könnte. Aber auch da natürlich noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen ist. Und zwar geht es um Leipzig-Star, Benjamin Seschko. Es ist seine Saison aktuell. Ich glaube, das kann man so sagen. Er ist dieses Jahr ganz, ganz wichtig für Marco Rose. Seine Bilanz spricht für ihn. Drei Tore in zwei Champions League-Spielen. Natürlich, man hat beide verloren, aber für ihn persönlich die zwei Champions League-Spiele sehr, sehr ordentlich. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und auch in der Bundesliga. Vier Torbeteiligungen, zwei Tore, zwei Vorlagen. Also er liefert genau das, was man von ihm erwartet. Auch rund um ihn gab es ja in diesem Sommer ganz, ganz wilde Abgangsspekulationen. Da hieß es ja teilweise, dass jemand bereit ist, eine Ausstiegsklausel zu ziehen. Schlussendlich hat er sich dann doch relativ überraschend dazu entschieden, seinen Vertrag vorzeitig nochmal zu verlängern. RB hat dann alles klar gemacht. Demnach war für diesen Sommer alles klar. Benjamin Seschko wird auch dieses Jahr, logischerweise, tut er ja jetzt schon im Trikot von RB spielen. Aber klar ist auch, dass das nicht garantiert, nur weil er jetzt seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat, dass er die nächsten Jahre weiterhin bei Leipzig spielt. Also viele gehen davon aus, dass er dann spätestens nächsten Sommer wechseln wird. Viele Top-Teams beobachten seine Situation ja schon seit Monaten. Und nachdem er halt auch auf der großen Bühne in diesem Jahr liefert, ist verständlich, dass da besonders auch Teams aus der englischen Premier League großes Interesse an ihm haben. Aber genau da kommt auch der FC Bayern ins Spiel. Weil auch da gibt es jetzt neue Berichte, die davon sprechen, dass auch der FC Bayern die Situation ganz genau beobachtet. Und dass man sich auf jeden Fall auch vorstellen könnte, Benjamin Seschko zu verpflichten. Da gibt es aber noch ein, oder sagen wir eher zwei große Fragezeichen, die man klären müsste, ist ein Transfer da wirklich realistisch? Besonders, weil man natürlich Harry Kane vorne drin hat. Benjamin Seschko verständlicherweise ist jetzt nicht gerade so, oder hat jetzt nicht gerade Lust, dass er die zweite Rolle nur noch spielt. Sozusagen der zweite Stürmer hinter Harry Kane, das war ja auch so ein bisschen das Thema mit Seru Gerasi und dem FC Bayern in diesem Sommer, dass ja auch er Stamm spielen wollte. Und wenn du Harry Kane vor dir hast, im Normalfall ist dann da wenig bis gar kein Vorbeikommen. Und außerdem liegt sein Marktwert auch aktuell bei circa 50 Millionen Euro. Und ich glaube, da können wir uns, oder da sind wir uns einig, wenn er so weitermacht wie aktuell, dann wird er auch noch mal ein bisschen steigen, wenn er weiter so konstant trifft. Und RB wird dann nicht bereit sein, so wirklich vielpreislich entgegenzukommen. Und die Frage ist, wie viel Geld sind die Bayern wirklich bereit, für so einen Spieler zu bezahlen? Auch wenn er natürlich super Qualitäten hat und auch das Zeug dazu hat, zum Weltklassestürmer zu werden. Also da muss man noch sehr, sehr vorsichtig sein. Das sind jetzt mal die ersten Berichte, die über dieses Thema sprechen. Benjamin Seschko, er wird vielleicht, wenn man das so sieht, dann nächsten Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Aber ob das dann wirklich zum FC Bayern sein wird, da will ich mich jetzt erstmal noch nicht festlegen. Bei jemandem, wo es schon ein bisschen einfacher ist, über seine Geschichte beim FC Bayern zu sprechen, das ist bei Manuel Neuer. Und das bringt uns auch direkt zu ihm, weil, ja, ihr merkt, heute schon, oder heute beschäftigen wir uns mit sehr vielen Fragezeichen, mit sehr vielen Fragen, die aber halt auch bei Manuel Neuer ja schon seit ein, zwei Jahren im Raum stehen. Weil, ich habe das jetzt schon oft gesagt, aber es ist nun mal so, im Fußball, also aus fußballerischer Sicht, ist er nun mal in einem fortgeschrittenen Alter mit 38 Jahren. Und da muss man dann schon immer zweimal hinschauen. Die Bayern beobachten seine Situation natürlich auch ganz genau. Man hat ja viele Optionen, wer dann die neue Nummer 1 werden sollte. Aber trotzdem hat Neuer erstmal noch einen Vertrag bis 2025. Und es sollen tatsächlich auch jetzt in diesem Jahr noch, also bis zum Ende dieses Jahres, sollen die ersten Gespräche stattfinden, wo sich die Bayern und er mal darüber austauschen, ob denn eine Zusammenarbeit auch über diese Saison hinaus möglich ist. Und scheinbar soll die auf jeden Fall realistisch sein. Beide Teams sollen sich vorstellen können, äh, beide Teams, beide Seiten sollen sich vorstellen können, dass Neuer doch noch ein Jahr dazuhängt. Natürlich ist auch hier noch nichts zu 100% entschieden. Neuer hat ja immer wieder betont, dass er nicht in die Saison rein startet, mit dem Wissen, dass am Ende Schluss ist. Er selbst möchte sich natürlich auch erstmal anschauen, ob das denn noch machbar wäre, dass er vielleicht noch mal ein Jahr dazuhängt, ob er noch dieses Top-Niveau beibehalten kann. Stand jetzt scheint das ja schon der Fall zu sein. Auch wenn jetzt vielleicht ein paar von euch kritische Stimmen auspacken und sagen, gegen Aston Villa zum Beispiel war das nicht ideal. Aber Manuel Neuer, der kann natürlich noch immer auf Top-Niveau performen. Die Bayern sind also Stand jetzt auch bereit, ihm einen Vertrag bis 2026 anzubieten. Und dann soll tatsächlich Alexander Nübel, das hat sich auch nicht geändert, der Nachfolger von Manuel Neuer werden. Der nimmt ja auch eine Wahnsinnsentwicklung, hat jetzt auch gestern erst im Spiel gegen Bosnien sein Länderspiel-Debüt gemacht unter Julian Nagelsmann und ist ja auch beim VfB Stuttgart ganz, ganz wichtig. Also auch er hatte seine Anteile daran, dass man sich für die Champions League qualifizieren konnte und dementsprechend für mich jetzt auch nicht überraschen, dass Nübel da stand jetzt noch immer die Nummer 1 wird. Trotzdem beobachten die Bayern natürlich auch ein paar andere Kandidaten, die in Frage kommen würden. Ich habe gelesen, ein Verbrocken von Brighton, der ja auch bei den Niederlanden im Tor steht und auch ein Jonas Urbeck, darum haben wir auch schon vor ein paar Tagen gesprochen, dass Urbeck auch ein Kandidat sein sollte. Aber das ist ja dann wirklich sehr für die Zukunft, da er noch sehr jung ist. Da bleibt natürlich auch nicht mehr als abzuwarten. Da können wir uns nur überraschen lassen. Manuel Neuer und die Bayern, die werden da auf jeden Fall die richtige Lösung finden. Sie werden sich dazu besprechen und vielleicht mal abwarten. Dann sehen wir Manuel Neuer ja doch auch noch nächste Saison im Trikot der Bayern. Ich persönlich fände es gut. Vielleicht seht ihr das anders. Vielleicht hättet ihr da gerne einen frischen Wind und würdet Alexander Nübel gerne im Tor drinstehen sehen oder vielleicht sogar einen ganz anderen Torhüter. Aber ich persönlich hätte jetzt kein Problem. Wenn er noch ein Jahr dazu hängt, dann aber genug vom FC Bayern. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Münchner gesprochen. Wir müssen auch noch mal ganz kurz über Borussia Dortmund sprechen. Auch da ist ein bisschen was passiert. Ja, in den letzten Jahren, da gab es immer mal wieder ein paar Top-Talente, die von Dortmund den Sprung in die englische Premier League gemacht haben. Ich glaube da die bekanntesten, die fallen euch vielleicht sogar selber ein. Aber Erling Haaland und Jadon Sancho, um jetzt Nummer zwei zu nennen, die ist immer wieder wirklich auch mit sehr viel Geld. Ja, das war sehr, sehr ordentlich das Geschäft, was die Dortmunder da in den letzten Jahren abgeschlossen haben. Und jetzt könnte tatsächlich der nächste dazukommen. Ja, und zwar kein geringerer als Jamie Gittens. Der soll tatsächlich neuen Berichten zufolge bei Liverpool, Chelsea und bei Tottenham auf dem Zettel stehen. Also da melden sich schon mal drei sehr, sehr große Teams aus England, die das Ganze scheinbar beobachten. Die Scouts sollen regelmäßig bei Dortmund oder im Dortmunder Stadion mit dabei sein und sich das Ganze genauestens anschauen. Gittens hat natürlich auch in dieser Saison schon für sehr, sehr viel Freude gesorgt. Er hat zum Beispiel sein Doppelpack gegen Frankfurt, sein Doppelpack gegen Brügge. Das waren zwei Spiele, die er mit seiner individuellen Qualität entschieden hat. Also die Qualität, die ist da. Ich glaube, da sind wir uns alle auch einig. Und deshalb ist es für mich auch kein Wunder, oder vielleicht auch für viele von euch kein Wunder, dass er bei so vielen Top-Teams auf dem Zettel steht. Trotzdem ist man von einem Wechsel noch sehr, sehr weit entfernt. Das ist auch ganz klar. Jamie Gittens soll, wie es heißt, erstmal darauf aufbauen, wie er jetzt angefangen hat in dieser Saison. Er möchte sich bei Borussia Dortmund etablieren. Er möchte sozusagen auch mal richtig gefestigter Stammspieler werden. Das ist er ja noch nicht so zu 100%. Wechselt dann auch immer mal wieder zwischen Bank und Startelf. Oder hat dann vielleicht auch manchmal nur ein paar Kurzeinsätze, weil er ja noch sehr jung ist. Ja, und jetzt erst so in diesem Jahr so richtig seine Durchbruchssaison haben könnte. Er hat außerdem noch einen Vertrag bis 2028. Also die Dortmunder brauchen sich da gar keinen Stress machen. Das ist auch ganz klar. Und es bleibt natürlich auch abzuwarten, wie viel man denn bezahlen müsste. Diese oberen oder die vorhin genannten Teams, sagen wir es so, ob die dann da vielleicht auch ganz tief in die Tasche greifen müssten, um Jamie Gittens zu verpflichten. Und wenn er sich so weiterentwickelt, wie er es aktuell tut, dann kann man davon ausgehen. Ein Wechsel in Zukunft ist natürlich nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, geht jetzt nicht jeder davon aus, dass er seine ganze Karriere in Dortmund bleibt. Was sicherlich für viele schön wäre. Aber im Normalfall sollte er oder würde er wahrscheinlich irgendwann den nächsten Schritt gehen. Aber ob das jetzt schon nächstes Jahr oder in zwei Jahren der Fall ist, mal abwarten. Dann vielleicht bleibt er ja noch ein paar Jahre den Dortmundern erhalten und sorgt dafür weiterhin. Sehr viel Freude wäre natürlich auch aus neutraler Sicht sehr, sehr schön bei Jamie Gittens. Der macht immer Spaß zum Zusehen. Ja, Thema Zusehen bringt uns auch zurück zum Ende des Videos. Dankeschön, dass ihr am Start wart und hier bis zum Ende zugeschaut habt. Das war es nämlich schon. Ich denke, wir haben jetzt genug erzählt. Vielen Dank immer für eure ganze Unterstützung. Wie gesagt, lasst mich sehr gerne wissen, was ihr zu den ganzen Themen sagt. Ob ihr das vielleicht anders seht als ich oder generell auch zu den Berichten eine ganz andere Meinung habt. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, sehr gerne beim nächsten Stream, beim nächsten Video wieder. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's gut und bis dann.